Herzlich willkommen zu den neuesten Nachrichten von Finnews aus der Schweizer Finanzbranche in Zusammenarbeit mit Dukaskopi TV. Das große Ereignis dieser Woche war die Ernennung von Tijam Tiam zum künftigen Chef der Credit Suisse. Nach 25 Jahren im Sold der Schweizer Großbank und davon acht Jahre als CEO tritt der Amerikaner Brady Dugan Ende Juni ab. Mit seinem Nachfolger hatte wohl niemand gerechnet. Der französisch-ivorische Doppelbürger Tiam leitete zuletzt den britischen Versicherungskonzern Prudential. Karriere machte der 52-jährige Manager aber auch beim Strategieberater McKinsey und als Minister der ivorischen Regierung. Nach einem Staatsstreich 1999 kam er unter Hausarrest. Später verließ er seine Heimat in Richtung Frankreich. Nun soll er die zuletzt eher glück- und orientierungslos agierende Credit Suisse wieder auf Erfolgskurs bringen. Mehr als 200 Jahre lang übte sich die Genfer Privatbank Lombard-Odier in vornehmer Zurückhaltung. Doch seit gut einem Jahr ist das nicht mehr der Fall. Denn seit das Institut als Kommandit Aktiengesellschaft tätig ist, muss es auch Geschäftszahlen veröffentlichen. Das hat Lombard-Odier diese Woche getan. Der Gewinn für 2014 belief sich auf 120 Millionen Franken. Und die gesamten Kundenvermögen betrugen 215 Milliarden Franken. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Privatbank mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 22 Prozent zu den solidesten Geldhäusern der Welt gehört. Wachsen will Lombard-Odier künftig vor allem in Europa und in Asien. Von sich reden machte diese Woche auch Peter Kurer, der frühere Präsident der Schweizer Großbank UBS. Er hat nicht nur ein Buch über Rechtsrisiken verfasst, sondern äußerte sich in einem Interview mit der Sonntagszeitung auch recht klar über die Schwierigkeiten in der heutigen Rechtsprechung. Das eigentliche Problem sei das gewandelte Selbstverständnis der Amerikaner, sagte Kurer. Die USA seien eine militärische Weltmacht auf dem Rückzug. Sie hätten nicht mehr die finanziellen Mittel, um überall auf der Welt Polizist zu spielen. Deshalb setzten sie nun das Recht als politisches Druckmittel ein. Selten haben sich Vertreter der Schweizer Finanzbranche öffentlich so kritisch über die USA geäußert. Der designierte Raiffeisenchef Peter Giesel baut die Kommandobrücke der Schweizer Genossenschaftsbanken um und holt neue Leute an Bord. Dabei erhalten die Bereiche Privatkunden und Firmenkunden mehr Gewicht und werden künftig als zwei eigenständige Abteilungen geführt. Zudem entsteht der Bereich Services. Er vereinigt zentrale Dienstleistungen und Compliance-Funktionen. Leiter dieser neuen Abteilung wird Christian Pörschke. Er stieß bereits 2005 zu Raiffeisen. In den vergangenen acht Jahren leitete er die Unternehmensentwicklung und das Controlling. Die Reorganisation soll ab Mai umgesetzt werden. Die Konsolidierung im Schweizer Finanzwesen rollt weiter. Dabei wechseln die Banken nicht nur ihren Besitzer, sondern gehen auch an die Börse oder nehmen Kapital auf. Die jüngsten Entwicklungen am Schweizer Kapitalmarkt hat die Zürcher Bank Fontobel zusammengefasst. In den vergangenen fünf Jahren gingen acht Finanzinstitute an die Börse. Das ist mehr als in jedem anderen Sektor in der Schweiz. Die Spezialisten von Fontobel sind überzeugt, dass der Trend zu Kapitalerhöhungen und Börsengängen auch im laufenden Jahr anhalten wird. Die potenzielle Gefahr von Fintech-Startups mit neuen digitalen Geschäftsmodellen lässt die Großbank UBS kalt. Denn sie hat bereits 2010 eine eigene Digitalisierungsstrategie definiert und kann jetzt die Früchte ernten, wie Andreas Kubli diese Woche darlegte. Er ist Leiter der Multichannel-Management und Digitalisation der UBS Schweiz. Seit der Fusion 1998 habe die UBS noch nie so viele Neukunden angezogen als vergangenes Jahr mittels digitalen Angeboten. Gleichzeitig generiere dieser Typ von Kunde 24 Prozent mehr Ertrag als die traditionelle Kundschaft. Dies gelte sowohl für das Retail-Banking als auch für das Wealth-Management. Kaum eine Woche vergeht mehr, ohne dass nicht neue Indiskretionen aus dem laufenden Verkaufsprozess der Kutzbank an die Öffentlichkeit gelangen. Medienberichten zufolge sollen sich nur noch drei Finanzhäuser für Kutz International interessieren. Die Schweizer Großbank Credit Suisse, die Genfer Union Bancaire Privé sowie die Singapurer DBS Bank. Schon früher hieß es, die Credit Suisse könnte das europäische Geschäft von Kutz kaufen, während die DBS Bank die Kunden in Asien übernehme. Sofern sich die Credit Suisse unter ihrem künftigen Chef Tijan Tiam stärker auf Vermögensverwaltung konzentrieren will, wäre der Kauf von Kutz ein logischer Schritt. Das waren die neuesten Nachrichten von Finnews aus der Schweizer Finanzbranche in Zusammenarbeit mit Dukas Koppi TV. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind auch in der nächsten Woche wieder für Sie da. Auf Wiedersehen und haben Sie einen schönen Tag.